Servus meine lieben Freunde, was geht ab? Kogodja.tv mit One Piece World Seeker Wir sind dabei, bestimmt ein Juwelen oder sowas zu stehen, was oben auf dem Toppersberggipfel ist und wir haben Lissab in der Zeit natürlich auch schon gefunden und natürlich werden wir uns bestimmt nicht irgendwie sagen, dass er Matrosen sind, die haben Schichtwechsel, wir können reinschleichen, bla 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 Ah, ich wusste, er schickt mich rein Upsa Wenn wir jetzt mit Minenschacht 5 Hier 4 4 4 Das war's für heute. Oh Das sind so Silber, ne? So Gold, ne? Ich denke mal egal wie sehr das funkelt Das ist ja schon soweit Ja Das heißt finde ich sowas Goldenes Dann ist das auf jeden Fall so ein Scharlach Scharlach Juwel Scharlach Kann auch noch her oder Eventuell irgendwie Das ist dein Willkommen Das ist ja Das ist alles Ja Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Was ist denn da oben? irgendwo der Scheiß. Boah ey. Echt nervig. Gut. Wir bauen ihn nicht. Weißt du, Minenschacht Nummer... Jetzt hab ich das nicht lesen können. Ach, steht auch gar nicht da dran, ne? Irgendwas, Minenschacht Nummer... Acht. Ja, gehen wir mal... Minenschacht Nummer 8. Also gehen wir erstmal zu 5. Nummer 3. Hier geht man hoch. Jetzt gehen wir Minenschacht Nummer 8 mal. 9. Acht. Gute ist, wenn man jetzt mal nachlesen will, irgendwo, was jetzt was ist. Vergisst man das bestimmt sehr leicht. Boah. Aber ich hab's ja gefunden. Gehen zum obersten Teil der Topaz. gerne... wenn der Weg falsche schreit. Na gut, nicht ihr. Das höre ich ja nicht. und schaust. Da 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 da. Das blöd ist, die folgen mir gar nicht. Irgendwo wird bestimmt ohne Gegner sein. und dann nennen wir mich dich... eins auf die... ... 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 Das war's für heute. Boah, krieg's nicht im Griff, ey. Boah, krieg's nicht im Griff. Einfach runterspringen und fertig. Boah, krieg's nicht im Griff. 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 Aber gut, dass man ins Meeresgefangene Aquarium auch hinreisen kann. Aber ich seh bisher nur zwei Missionen. Ja, dann werden die andere kommen dann auch zum Schluss oder so. Aber wir gehen erst mal zu 1000 Sani. Boah, Alter. Jetzt hat's geklaxt. Das wollte ich. Das war jetzt ein Spaß, ey. Lissopp. Ich möchte gerne die Kleidung ansehen, die ich schon habe eigentlich. Mal gucken, ne? Ich will mal kurz was gucken, ne? Ob das funktioniert. Mal kurz ins Hauptmenü gehen. Ich kann mich jetzt auch irgendwie nicht hier umziehen. Ich kann mich jetzt auch irgendwie nicht hier umziehen oder sowas. Noch nicht. Ich seh nur Brock noch da oben. Brock hab ich ja vorher auch noch. Nicht. Gequatscht. Joho. 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 Also Unsinn, wie gesagt, kann man sich noch nicht hier. Gut, mach mal einfach folgendermaßen, ne? Ähm... Rafebrüch? Und mach hier kurz einen Schnitt rein und sehen uns dann gleich im nächsten Part. Ich weiß, da geht nur jetzt 18 Minuten hier, aber lieber weniger ist mehr, sagt man ja.